In Kürze fahren wir über den grünen Kreis hier und vom Grundflug. Über ihn sehen wir ähnliche in den Kehrtunnel an der Schleife. Entlang der Kehrschleife sind runde, video-ähnliche Steinhaufen zu sehen, welche früher als Speicher in die Beine die Kehrtunnel sind. Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020